So, eingekommen im Hotel. Der Team hatte gerade einen Herzinfarkt, war leider Kabel weg. Katastrophe. Fahrt war easy, war alles gut, Training war krank, wild, aber noch durchgezogen und morgen wird geballert, würde ich sagen. Jetzt gibt es auch erstmal Ballerei. Der obligatorische Sub ist am Start. Ja, Quark ist auch noch da, wird vielleicht auch noch schnabulenzt, ja. Morgen wird wild geballert. Beide ganz schön müde gerade, aber morgen ist Gewalt angesagt. Wie man hört, machen wir uns gerade fertig. Es ist 20 vor 8, um halb neun ist die Waage. Sollte also eigentlich alles easy sein. Waage wird auch kein Problem werden, weil es nur zwei Gewichtskassen gibt. Freunde, Freunde, Freunde. Erstmal Frühstück. Der gute Mann hat sich einfach mit 90 Kilo eingebogen und ist jetzt gar nicht scharf. 90 Kilo. Na ja, abgepasst. Ja, auf jeden Fall ein sehr Lauch einfach. Einfach Lauch. Dickbräuchige Lauch. Wir haben beide richtig Bock. Jetzt mal das Frühstück einen Kaffee trinken, weil er gehört dazu. Und dann geht's los. Sieht auf jeden Fall geil aus. Location is nice. Kann auf jeden Fall was. Also das wird... Was die da auf die Beine gestellt haben. Irre, Alter. Sieht richtig geil aus. So sieht's aus. Auf geht's. Wupp Wupp. Wuppe 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 Wuppe. Wuppe 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 Wuppe. Wuppe 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 Wuppe. Wuppe 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 Wupp